Hallo, ich bin Kevin, ich bin 23 Jahre alt, bin jetzt von den Füchsen Berlin hierher gewechselt und studiere in meiner Freizeit Maschinenbau. Ich fand Naturwissenschaften schon immer sehr interessant, vor allem die Physik. Als ich dann überlegt habe, in welche Richtung mein Studium gehen sollte, war der Gedanke daran, Maschinen zu konstruieren und zu entwerfen, sehr reizvoll, habe mich dann dafür entschieden. Wie im Handball muss man gegen jeden Studium sehr fleißig sein, sehr organisiert sein. Wir haben relativ viel Gruppenarbeit im Studium mit sehr komplexen Themen und Projekten und da muss man auch als Team zusammenarbeiten und da muss man sich auf die Teammitglieder auch verlassen können, wie im Handball auch. Alleine kann man da so ein Projekt auch nicht stemmen.